Moin Mathis, kommst du gerade vom Training? Moin Hannes, ich habe ja wieder Training mit den Kleinen und die Eltern waren wieder so anstrengend. Wieso sind die Eltern denn so anstrengend? Die Eltern haben ständig neue Wünsche und ich muss die alle berücksichtigen. Wieso hörst du eigentlich auf die Eltern? Guck mal, wenn man die Wünsche nicht respektiert, dann hören die Kinder auf mit Fußball. Ja, dann sollen sie halt den Verein wechseln. Aber wenn alle Kinder wegwechseln, dann löst sich doch die Mannschaft auf. Ja, da hast du recht. Ein paar Spieler aus meinem Verein sind auch schon weggewechselt. Aber ich weiß nicht, ob das der Grund dafür war. Die ist auch im Fußball wichtig. Aber was hat das jetzt mit Demokratie zu tun? Das ist wie in der Demokratie, wo die Politiker auch aus den ganzen unterschiedlichen Interessen vom Volk Kompromisse finden müssen, damit die Bürger nicht aus Unzufriedenheit einen anderen wählen. Nur so kann Demokratie funktionieren, denn Demokratie heißt im Endeffekt ja Herrschaft des Volkes. Ja, also wenn das so ist, dann werde ich mir wohl mal die Wünsche der Eltern anhören müssen. Naja, ich muss jetzt auch los. Die Kinder warten bestimmt schon. Ja, mein Bus wartet auch schon. Man sieht sich. Jo. 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 Jo.